Ich nicht. Ohne das ganze Reaktion. Jetzt geh hier um die Ecke, du Fotze, ey. Boah, ich dachte, das entgegne. Ja, M320, das können sie auch alle sehr gut. Das ganze M320 gespamme und Granaten gespischen. Ich steh dem Kerl genau gegenüber, schieß dem genau in den Kopf. Nein, hast du gar nicht. Das war nicht in mir im Kopf. Du hast nicht mal getroffen. Sing mir mal, Barbie Girl. Nein. Hey, du bist ja schon wieder bei mir gespawnt. Du wohnst gleich schon wieder um. Oh, er ist ein Gegner, süß. Weil unser Team so schlecht ist und deren Team einfach nur aus Nerds besteht, die nichts zu tun haben. Das war aber eigentlich ein Geld, die Aussies. Na, das ist einer aus meinem Team. Da schon wieder. Der Kerl kommt da mit der Usas um die Ecke und ich mit meiner M26-Masse. Ich hab 18% Schaden gemacht. Aus nächster Nähe genau in den Bauch. Kannst mal sehen, wie effizient die Knarre ist, ey. Scheiß Ding. Shit, ich brauch Sunny. Sunny! Boah, shit. Komm, der rennt mit mich jetzt und ich rotz den weg. Ist dann der selber tot, der selber tot. Toll. Bäh. Unser Team ist mal so schlecht. Boah, ist das langweilig, ey. Ist das eine Scheiße. Ja, das geht jetzt eigentlich. Rush ist eigentlich richtig geil. Wenn du wirklich die Chance oder wenn wirklich das Team mal ausgeglichen ist. Und dann nicht so die totalen High-Level-Affen. Ja, schon wieder von hinten werde ich gefickt, ey. Oh, ich hasse das. Ich kann mir echt gleich... Ich hab dich gehecht. Ja, super. Hilf mir viel. Ich kann dann zu kotzen hier. Ja, du weißt, dass der Typ, der dich gekillt hat, sich jetzt auch ärgert. Weil er mich auch... Ey, der ärgert sich nicht. Weil der schon vorher genug Leute geklatscht hat. Hilfe, Hilfe, hey. Ah, ne, da liegt der eins. Pass. Komm ich mal am Sack, ich renne jetzt durch. Ja! Wie? Woher wussten die das? Wie kommen die da zu zweien in so ein Mädchen-Grüppchen angerannt? Kacken, ey. Oh, mit der RPG. Oh mein Gott. OMG. OMG. Pfff. Hallo? Ist mein Team blind? Die... Ohne Scheiß, mein halbes Team hockt da in der einen Ecke. Der Gegner steht direkt hinter denen und ist am Nachladen, ey. So, endlich genug von diesem Scheiß... ...ding, ey. Boah, ey, man trifft einfach nichts in diesem Scheiß. Egal wo man steht oder hinguckt oder sonst was, immer fliegen an Kugeln um die Ohren und dann sieht man mal einen Gegner, dann trifft man nicht, weil man niedergehalten hat. John, einfach mal bei dir, ob so eine gute Idee ist. Boah, mal so sehen. Von hinten kommen die Gegner. Wo kommen die Gegners? Wo kommen die Gegners? Von hinten! Boah, das ist halt einfach nur der reinste Kack. Schock hin! Die sind alle unter uns. Oh, die Ämter 21 könnte noch gut sein, vielleicht. Ja, genau, ey. Oh, ich hätte auf den Kopf ziehen sollen. Fuck! Boah, ey. Boah, ey. Die Scheiße, die kriegen wir. Ja, so, ich bin bei euch gejoint, jetzt kriegen wir die auch. Wenn du Muni hast, schmeiß mal ruhig. Ich bin Pionier. Ach so, ja, gerade warst du noch Muni-Homo. Hilfe bei Kill 99! Und tot! Ja, super! Lohnt sich ja voll. Boah, ey. Ach, ist er schon kaputt? Ja. Supi! Alles nur wegen mir, weil ich vorgerückt bin. Ich bin der Held. Ja, genau. Komm, lass mich vorrücken. Alle, alle hocken sich hier an der virtuellen Grenze. Uh-oh. Uh-oh. Ja, genau, ey. Aha. Die sind alles nur Camper, ey. Boah, was ne Kack, Noobs. Und dann steht hinter mir so ein Wichser, der mich einfach blockiert. Konnte ich nicht zurück. Bin super hingekriegt. Ja, ey. Ja, ey. Von hinten! Ey, ohne Spaß. Jetzt muss ich halt mal wieder flamen, ey. Weil so langsam nervt's wirklich. Ich glaub, die drei oder vier Stunden aufnehmen, die ich da angesprochen hatte, so aus Scherz, die könnten wir sowieso vergessen. Getrost! Wie immer halt, ne? Boah, ey. Boah. Anstatt, dass der sich nochmal hinlegt. Ja, super. Reanimier mich doch halt. Nein, er rutscht einfach nochmal ne Runde weiter, ey. Voll der Scheißdreck. Was für die Idioten. Reanimiert mich. Die Hohen muss einfach mitten im Gang. Kann doch nix werden. So, jetzt zeig ich euch mal, wie man Gegner platt macht und dabei selber plattgemacht wird bei dem Versuch. Und wie man einfach mal ne grottenschlechte KD hat. Toll. Geht gar nicht die Runde, ey. Da hast du ja nen tollen Server rausgesucht, ehrlich. Ich weiß. Geht mir auch nicht viel besser. Deine KD ist immer noch besser als meine. Und so beschwere ich mich. Geht mir. What the fuck? Jawoll. Oh. Komm schon, komm, ich hole jetzt auch einen mit der Granate, ey. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Alter, Alter. Denk ich mir auch immer. Warum sollte ich auch? Warum sollte gerade ich das Glück haben, jemand mit Granate zu klatschen? Leck mich am Arsch. Ich nehm jetzt DAO 12. Geht mir voll am Arsch vorbei. M16R3. Mad Air Wars. Schimmelt da hinten rum. Ne, das ist mir, das ist mir scheitegal. Ich rotze jetzt alle mit der DAO 12 weg, so. Das ist mir völlig egal. Ich kann mich am Sack lutschen, ne echt. Na, ihr Wichser, ey. Ach der Fuck, Alter, ey. So ein Rot-Server. Ohne Scheiß. Wie? Ich bin noch nicht mal um die Ecke und er schießt schon auf mich. Das ist nämlich der schlechteste Server, den du je rausgesucht hast. Mal ohne Spaß. Ich such nur schlechtes Server raus. Deshalb lass ich das meistens auch dir machen. Oder dich machen. Meine sind jetzt nicht so viel besser. Wenigstens ein bisschen, ey. Scheiß auf Medikit. Ich nehm jetzt die M320 mit. Na gut. Hätte ich den nicht gehabt, dann hätt's... Dann wüsste ich auch nicht mehr nehmen. Dann wird der reanimiert, der Penner. Ja. Das kann ich immer so gut. Ach, da war nur mal einer. Wenigstens ne Einser-KD. Wollen die mich eigentlich verkackeiern? Sei froh, dass du ne Einser-KD hast. Ich hab deine genauen umgekehrt. Echt? Boah, bist du schlecht. Eben. Hey, nehm. Hey, nehm. Ha, beide reanimiert ihr, Penner. Was sagt ihr nun? Was willst du tun? Genau, ich kann mich nicht... Ich kann mich... Ich kann mich für keinen entscheiden. Und dann schieß ich einfach auf beide ein bisschen. Und keiner geht hinüber. Ich hätte einfach mit M320 um die Ecke gehen können. Oh, geil. Die haben scharf gemacht. Und einer hat sogar hier C4 platziert. Sehr gut. Team. Boah. Scheiße. Nein. Tot. Air Wars mit der M16A3. Huhu. Ich reanimier dich und krieg auf die Fresse. Ich sollte aufhören, Leute zu reanimieren. Ich schieße dich schon. Oh. Mann. Voll die Captain-Engineer, ehrlich. Ja. Weißt du was? Weißt du was? Ich schieße mit der M320 vor der Füße und ich kriege nicht mal einen Hitmarker. Das liebe ich an dem Spiel. Wenn man kein DSL 15 Millionen hat, dann kannst du einfach nicht gescheit spielen. Dann kackt das nur ab. Ja. Stimmt schon ein bisschen. Ja. Schon wieder. Ja. 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 Genau mein Süßer. Genau. Hast du fein gemacht. Weißt du schon wieder. Genau um die Ecke und die ganzen, die ganzen Granaten, die ich da, äh, schieße. Ach scheiß drauf, ist doch völlig egal. Meine KD, Gesamt-KD soll einfach nicht unter 1 gehen, dann ist einfach alles okay. Wie viel sollen wir wetten, wie viel sollen wir wetten, dass mein scheiß Bruder wieder irgendwelche behinderten League of Legends Videos guckt? Ach ne, der masturbiert doch bestimmt. Der doch nicht, der kann das gar nicht. Wie auch, ohne Pinzette. Da hab ich nicht geschnallt. Der braucht ne Pinzette zum Wichsen und ohne geht schlecht. So. Jetzt geht ihr. Ja. Genau. Ey, das kann doch nicht sein. Der hat noch 100%, ich hab dem, WTF, ich hab in deren Ecke, hab ich M3 20 reingeschossen. Der ist anscheinend wohl, äh, immun gegen M3 20. Mann, Alter, immer diese verkackten RPG, ey, die gehen so auf die Eier langsam. Kacke. Die Leute hier, die gehen auf Eier. Du bist schon wieder tot, ey, jetzt wollte ich grad bei den spawnen. Aber so nicht, Herr Deer, so nicht. Ja, die Granate, da kann ich mir gar nicht erklären, wie die sowas alles überleben. Weißt du, ich krieg nicht mal Hitmarker, wenn ich den genau auf die Fresse schieß. Wir sind im Verliererteam, wir müssen es einsehen, oder? Wir versuchen ins Gewinnerteam zu wechseln, aber ich glaub nicht, dass es funktioniert. Ja, ich weiß, dass wir im Verliererteam sind, aber es kann doch nicht sein, dass ich nicht mal einen Hitmarker bekomme, wenn ich den Kerlen mit der M3 20 ins Gesicht schieß. Ich sniper mal. Ich werde die Gegner jetzt wegschnippen. Kacke, da kommt sie! So, ich hab nur 1% und kein Medi-Kit dabei, ist geil, ne? Ja, Mann, ey, das hätte er mir aber wohl als hätte es schon zählen lassen können, Mann. Kacke, ich bin jetzt auf ne 1er-KD abgerutscht, fünfmal am Stück gestorben, ey. Ja, ich glaub bestimmt schon siebenmal oder so. Bin froh, wenn ich wieder auf ne 1er-KD hochkomme. Hohoho! Verdammt, das ist doch ein scheiß Ruckelfest! Verdammt! Weißt du, was wir machen? Spawn mal als Muni-Affe. Und dann? Granatensprayen. Alter, Alter, nee, wir haben genug jetzt. Ich hab genug Videomaterial, wir machen jetzt fertig. Ich hab echt keine Lust mehr. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Joa, tschüss.